Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Was mich an La Palma wirklich überrascht hat, dass man hier Unmengen an Bio-Läden und Reformhäusern findet. Ich habe mir sagen lassen, das ist so dem Tourismus geschuldet. Also hier auf der Insel gibt es viele deutsche oder gesundheitsbewusste Menschen, die gern wandern, mit ökologischer Lebensführung verbinden. Und dann wurde hier eben oft nach biologischen Produkten gefragt, nach Vollkornbrot, nach Dinkelbrot. Das hat sich so dann in den letzten Jahrzehnten hier so etabliert, beziehungsweise gibt es hier auch viele Deutsche, die überwintern, beziehungsweise die hier nach La Palma ausgewandert sind und die dann eben so Bio-Läden eröffnet haben oder einfach so eine Art Bäckerei ins Leben gerufen haben und dann eben hier für die Insel, für bestimmte Reformhäuser und Bio-Läden Dinkelbrot backen. Das hat mich wirklich sehr überrascht, hier Dinkelbrot zu finden und vor allem auch viele vegane Kuchen und veganes Gebäck in Reformhäusern oder vor allem auch in Bio-Läden habe ich das gefunden. Das hat mich wirklich sehr überrascht und wir wohnen ja hier im Südwesten der Insel, in El Remo und da ist die nächste größere Stadt El Paso und da gibt es in einem Stadtteil drei Bio-Läden, eine größere und zwei kleinere. Ich bin wirklich auch sehr überrascht, dass das so funktioniert. Und ich weiß noch, als wir dann in diesem einen größeren Bio-Laden waren, habe ich die Verkäuferin gefragt, ob sie Englisch spricht und hat sie gesagt, Nein, Deutsch geht besser und sie hat sechs Jahre in Deutschland gelebt. Eine ganz, ganz liebe Verkäuferin, da waren wir dann ab und zu. Und der Bio-Laden, der hat auch freies WLAN. Da könnte man ab und zu mal noch ein paar Nachrichten checken oder ein Video hochladen. Und wenn wir uns sehr schön mit dieser Verkäuferin unterhalten, dann habe ich auch mal gefragt, ob ich mal in diesem Bio-Laden filmen darf, was es da so gibt. Und diese Zehn seht ihr auch hier in diesem Video. Und was mich an diesem Bio-Laden besonders beeindruckt hat, dass die Frischkostabteilung praktisch nur aus regionalen Produkten beziehungsweise aus Produkten von La Palma bestand. Also alle Früchte, alle Gemüsefrüchte, alle Gemüsesorten, grünes Blattgemüse stammt alles von La Palma. Und wenn man sich bedenkt, bei uns in den Bio-Läden gibt es auch bei der Frischkostabteilung viele tropische und südliche Früchte. Aber ist das dann wirklich nur Bio- beziehungsweise ökologisch? Also das ist mir dann auch nochmal in diesem Bio-Laden bewusst geworden, wo sie sagt, nein, wir haben nur Produkte von La Palma. Also nur maximal noch die Zwiebeln aus Lanzarote. Ich weiß auch nicht, ob man das in der Aufnahme hört, ob ich da die Kamera kurz ausgemacht habe. Und sie hat mir dann auch, als ich bezahlt habe, erzählt, dass sie, ich habe ja Rucola gekauft und Schnittlauch, und dass sie das von einem Deutschen bekommt, der hier wohnt, der immer die grünen Kräuter bringt, das grüne Blattgemüse. Und dass sie das auch immer sehr gern von ihm nehmen, weil er sehr gute Qualität anbietet. Da habe ich mich natürlich nochmal doppelt gefreut, dann so einen Auswanderer zu unterstützen, indem ich Rucola und Schnittlauch im Bio-Laden gekauft habe. Also ihr seht jetzt als nächstes die Sequenzen, die ich in diesem Bio-Laden gefilmt habe. In der Stadt El Paso, die südwestlich auf La Palma liegt, gibt es einen ganz tollen Bio-Laden. Hier waren wir auch schon öfters. Das Tolle an diesem Bio-Laden ist auch, dass es hier so eine Art Cafeteria gibt. Da kann man sich hinsetzen, es gibt freies WLAN. Da kann man sich einen frischen Saft pressen lassen, beziehungsweise ist dieser frische Saft eher ein Smoothie. Also die Orangen werden frisch gepresst und dann wird dieser Saft zum Beispiel mit Mango oder Papaya gemixt. Und das kann man dann hier trinken, kann man ein bisschen im Internet surfen, wenn man seinen Laptop dabei hat oder sein Smartphone. Und dann kann man hier einfach noch ein bisschen die Zeit so nutzen, nicht nur zum Einkaufen, sondern auch noch etwas Gesundes zu trinken und dann vielleicht noch die eine oder andere E-Mail zu schreiben. Das ist hier diese kleine Cafeteria. Da stehen ein paar Tische drin und Stühle. Und hier kann man sich dann, kann man auch Kaffee bestellen. Oder gibt es auch Kuchen, auch zum Teil vegane Kuchen oder vegane Nussecken. Die zeige ich euch gleich nochmal. Ich filme jetzt nochmal ein bisschen im Bio-Laden. Henry hat jetzt hier auch gerade einen gekauft mit Papaya und auf alle Fälle noch Mandarinen und Avocados, habe ich vorhin in seinen Armen gesehen. Rote Avocados. Die sollen süßlich schmecken und kommen hier aus La Palma. Haben wir noch nie gesehen. Avocados, La País. Und das Tolle hier an dem Bio-Laden ist, dass man hier Deutsch auch sprechen kann. Dass man hier auch Deutsch bedient wird. Wir gucken mal, was es hier so gibt. Gibt es zum Beispiel Tees und hier gibt es zum Beispiel auch ökologische Waschmittel, was man auch so zum Putzen benötigt. Hier gibt es ein bisschen Shampoo, Seifen, Kosmetik. Hier auch ein bisschen Frauenhygiene. Dann kommt hier eine ganz wichtige Abteilung. Das ist die Rohkostabteilung. Biologische Kost, also Avocados, Tomaten. Dann hier Rot- und Weißkohl, Salate, noch ein bisschen Tomate. Rote Beete gibt es hier auch, Kürbis, Paprika, die besagten roten Avocados, Lauch, Rettich, Radieschen. Und hier unten gibt es zum Beispiel Maronen. Ich habe noch mal eine Frage. Ist das hier, ist das meiste aus La Palma oder kommt es aus Spanien aus? Was wir gerade haben, ist alles aus La Palma. Alles aus La Palma. Ja, was wir gerade haben. Auch das, ich wusste gar nicht, dass es Rettich, auch Radieschen, dass es sowas auf La Palma gibt. Kohlrabi. Die Cherry sind von Teneriffa. Okay. Toll. Sie sind heute gekommen. Okay. Hier haben wir auch noch Kohlrabi. Wir suchen alles von Dinser haben. Also regional, alles hier aus der Region. Also maximal Lanzarote Zwiebel. Also Lanzarote Zwiebel. Teneriffa, okay. Also alles von hier kann man wirklich biologisch und regional einkaufen. Gibt es noch Kartoffeln, Knoblauch, die Zwiebeln. Habe ich jetzt gerade gehört, können auch aus Lanzarote kommen. Also stammen auch von den Kanaren. Hier Bananen, Orangen, Limetten, Birnen, Zitronen. Hier gibt es auch große Mangos. Mangas, sagt man hier auch. Es wird unterschieden zwischen Mangas und Mangos. Und dann hier Mandarinen. Die schmecken sehr, sehr gut. Die haben wir schon ganz oft Mandarinen gekauft. Hier noch ein bisschen Tomaten, Aubergine. Genau. Jetzt wollen wir noch mal schauen, was es in den Regalen gibt. Ich gehe noch mal ein Stück zurück. Also ihr findet hier zum Beispiel auch Babynahrung. Dann ein bisschen sowas wie Maiswaffel, Knäckebrot, Cracker, Ketchup, Soßen, ein bisschen Konserven, Gurken. Und hier auch Mais, also Gemüse in Dosen, Salz. Also man findet in den Bio-Läden wirklich auch viele vegane Produkte. Auch Dinkel hat mich jetzt sehr verwundet. Man findet fast in jedem Bioladen und Reformhaus. Dinkel, zum Beispiel hier S-Belta, ist Dinkel, Dinkelnudeln, Dinkelbrot. Das seht ihr auch gleich noch, findet man auch hier glutenfreie Nudeln. Ich glaube hier zum Teil, das sind glaube ich rote, genau, rote Linsen. Und dann aus Erbsenlinsen. Also in den Bio-Läden findet man viele vegane Produkte, glutenfreie Produkte, auch vegane Aufstriche. Seht ihr zum Beispiel hier, hier oben gibt es noch Öle. Schauen wir mal hier noch. Gibt es verschiedene Mehle, Weizenmehl, Dinkelmehl, auch Soja. Ich glaube, das ist genau hier Sojaprotein. Dann auch Hülsenfrüchte, hier die grünen Erbsen und Kichererbsen, die keimen auch. Kann man zum Beispiel hier auch Linsen keimen. Hier gibt es auch noch andere Linsen. Also es ist wirklich, man findet hier viele Lebensmittel für eine gesunde Lebensweise. Hier Sonnenblumkerne, die kann man auch keimen lassen von der Bolzner Mühle. Kürbiskerne, kann man einweichen, keimen lassen, alles wunderbar. Genau, hier ist Saat, noch ein bisschen Müsli und weiter unten noch Nüsse, Pistazien, Walnüsse, ein bisschen Getreide, Getreideflocken. Hier auch so etwas wie Reiswaffeln und noch ein paar Kekse, Maiswaffeln. Genau, hier gibt es auch noch Agavensirup, Schokolade. Hier gibt es auch vegane Schokoladen, zum Beispiel die feine Bitterorange von Vivani. Vivani, die gibt es ja auch bei uns im Bio-Läden, auch noch Bitterschokolade. Und hier, wir haben gerade die Kakis, und die sind auch von hier, ne? Von dem Passo, von hier. Sind die schon reif, oder muss man die nachhalten lassen? Äh, die sind schon reif, zum Beispiel. Die nächste Noranze muss sehr rot sein. Okay, dann nehme ich noch mal welche mit. Ich liebe auch, ich liebe Kakis. Bei uns in Deutschland sind die immer sehr unreif. Die schmecken nicht wirklich. Ich muss das noch mal ausnutzen hier. Schön. Hier gibt es so Marmeladen, Honig, Marmeladen findet man hier, Eier auch, biologische Eier von der Palma. Und hier, das ist so das Kühlregal, da gibt es natürlich auch einige Schokoladen, weil die manchmal auch, sag ich mal so, wenn das hier so warm ist, dann müssen die manchmal gekühlt werden. Ist besser so. Und hier Brote. Es gibt hier eine Bäckerei, Pandería heißt es auf Spanisch, ähm, die Dinkelbrot herstellen. Dinkelbrot, Trockenbrot, ist wirklich ganz fantastisch. Und hier gibt es eben auch, zum Beispiel Kuchen ohne Gluten, könnt ihr hier erkennen, vegan, doch auch vegan, genau, vegano und ohne Gluten. Auch hier ein veganer Mandelkuchen steht es vollkommen vegan, auch ohne Gluten, ihr seht es hier. Dann gibt es hier auch Nussecken mit Dinkel. Und vegan gibt es, gibt es selbst in Deutschland manchmal, selten, kann man nicht so oft finden. Und hier gibt es verschiedene Kräuter und Riesenpapaias, alles biologisch. Genau, hier gibt es auch noch ein bisschen sogar Sojajoghats von Sojade, findet ihr auch mal bei uns im Videoläden. Ein bisschen Käse, Pizza, auch vegane Pizza sogar, fertig. Bio-Pizza, veganer. Und hier noch so ein paar vegane, Seitan gibt es hier, ein paar Bratlinge, Käse. Der ist auch vegan, also man findet die auf La Palma auch veganen Käse, wenn man sich dann Nudeln kochen möchte oder eine Pizza selbst herstellen möchte. Genau, das war jetzt hier so der Bioladen, hier gibt es auch noch vegane, pflanzliche Milch, Kokosmilch. Genau, hier gibt es noch ein paar Kräuter, verschiedene Gewürze und Kräuter. Und hier gibt es Algen, Dulche, Wakane, Komro, also wirklich ganz gut eingerichtete Bioladen, Aga Aga. Und hier auch noch ein paar Rohkostriegel, die kenne ich jetzt aus Deutschland gar nicht. Es gibt noch diverse Riegel, Riegel, Miso und verschiedene, kann man sogar auf Deutsch hier, Wohltun für Hals und Rachen bei Husten, Heißerkeit und Raum, Hals. So, hier gibt es auch ein Siegel. Wir haben uns gerade hier sagen lassen, dass es auf La Palma einen Unterschied gibt zwischen Biokost und Naturkost. Also richtige Biokost muss diese Siegel ja haben, Naturkost braucht dieses Siegel nicht. Also hier in El Paso, das ist halt ein richtiger Bioladen, wo vor allem auch beim Obst darauf geachtet wird, dass sie wirklich biologisch sind und diese Siegel haben. Wo man hier so einen Rundumschwenk. Und solche Läden findet ihr halt ganz oft auf La Palma. Also hier in El Paso gibt es wohl auch drei Bioläden in unmittelbarer Nähe. Das ist schon sehr interessant. Ich zeige euch noch, was ich hier im Bioladen gekauft habe. Auf alle Fälle die roten Avocados. Dann haben die ja auch zwei Geschenke bekommen. So lieb. Und dann habe ich natürlich Mandarinen gekauft. Die sind sehr, sehr schmackhaft, sehr erfrischend hier. Und ich habe mir noch zwei reife Kakis mitgenommen. Die kann ich jetzt die Tage essen. Die sind richtig reif. Und dann natürlich noch ein bisschen Grün, Schnittlauch und ganz köstlichen Rucola. So ihr Lieben, das war es wieder von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Eine biologische Inspiration von La Palma. Ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Tschüss, eure Silke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.